ARD Text im Auftrag von Funk 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 So, dann verhören wir dich jetzt mal. Das war ganz genau, Kollege, ja? Was? Du musst mir glauben! Das tue ich. So, äh... Wir ran? Ah, Riddler hat also die Katze geschnappt. Das wird er sicher noch bereuen. Oh, ja. Das wird er in der Tat bereuen. Halt! So, Riddler, dann werden wir mal dein kleines, süßes, sexy Reichbreich betreten. Und dir mal ein paar Flauseln aus dem Kopf setzen. Pinky Waisenhaus. Catwurm. Also, ehrlich gesagt, es sieht ein bisschen aus wie eine Falle. Ich weiß nicht warum, aber das sieht stark nach einer großartigen Falle aus. Ich entschuldige mich bei dir? Äh... Halt still! Bist du okay? Großartig! Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Köder? Wir verschwinden. Du vielleicht. Du vielleicht. Ich aber nicht. Beide Kandidaten sind endlich hier! Höder? Leute haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Äh... Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen? Wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann. Herstellen kann. Werden wir mal ein bisschen mal die Feitschützen? Hä? Und... Ich halte es aus! Was wir für ein paar abgeht! Zusammen seid ihr gerade gut genug, um zu überleben. Erfreul dich daran, solange es geht, du Klappe! Hä? Nur zu! Ich habe nicht geplant, als Dinge zu schlagen. Als... Als... Als Dinge zu schlagen. Ja, nett! Kannst ruhig mitmachen! Mhm. Hahaha. Ja, wenn wir schon die Chance haben, dann müssen wir natürlich auch mit Catwoman spielen. Natürlich! Oh, und der letzte! Was? Du lebst doch? Wow! Das hat dir sicher Spaß gemacht! Mehr Spaß wird's heute leider nicht geben! Wie du siehst, hat diese kösche kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen! Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel! Erhalte alle Schlüssel! Und das Kätzchen ist frei! Entfernst du es zu früh! Mach das Kätzchen! Pupp! 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 Ich verzweifel, dunkler Ritter! Du hast doch schon einen Test geschafft! Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln! Wandel! Setz dich in deinen Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv! Dein zweiter Test erwartet mich! Erwartet mich! Erwartet mich! Erwartet mich! Hier, bring mir die Schlüssel. Okay, das ist die... Löse mal Dings. Wann führt eine Tür nach Nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. 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 To the Rears. Halt dich. Advanced Death Traps. Beim Riddler kann ich mir gut vorstellen, dass diese Tür... Löse mal Dings. Wann führt eine Tür nach Nirgendwo? Riddler, fang an, wir... Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Höhöhöhöhö. Löse mal Dings. Wann führt eine Tür nach Nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Öffnen. Äh, ich hab jetzt... Lass mich nicht warten. Sorry. Ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddys neuestes Todesbabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Äh, 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 äh. Ach, bist du witzig. Missionsauswahl. Wollen wir... ...Oracle retten? Ein Polizeihubschrauber hat ihm eine Geiselnabbel bei Port Items gemeldet. Es ist einer der Feuerwehrleute von Wache 17. Die meisten Kidnapper sind schwer bewaffnet. Oh. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Wir wollen ja immer noch weiterhin die Feuerwehrmänner retten. Sieh dich um, das gehört jetzt alles uns. Wir können machen, was wir wollen. Ich habe hier aber kaum sehr sieben. Die meisten sind bei der Evakuierung weg. Die übrigen machen nichts. Die sind in der Unterzahl. Okay. Wieder auf Missions-Modus. Aber das finde ich wirklich so schön an dem Open World. Und... Wow. Dann wirklich, egal wo man hingeht... ...man findet immer irgendwo eine Option. Und das finde ich persönlich... Das finde ich wirklich sehr, sehr schön hier gelöst an dem Spiel. Ich will ja nicht sagen, wir sind in der Nähe. Aber wir sind in der Nähe. ganz gut. Das war's für heute. wir müssen aber wirklich über das gebäude dahin dann über den wir es zu uns auswahl in aus ihrer pflicht als auf abgeworfene futterpaket in arkham city zu warten